Antenne von Allberg Wir stehen da jetzt gerade bei der Familie Haus in Lochau und da laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Jetzt kommen wir gerade da mal ins Herz des Hauses. Was machst du da gerade genau? Ja, ich tue das, was ich laut Anweisung vom Schwiegersohn machen sollte. Chicory abtrocknen und jetzt hauchdünn mit Rapsöl einstrichen, damit dann nachher grillen kann. Ihr grillt ja öfters. Du da auch immer ganz fleißig dabei bei den Vorbereitungen? Er ist für das Fleisch zuständige Erinner, dann für Salat und Beilager. Da sind wir gut eingespielt im Team, würde ich sagen. Ja, super. Mario? Ja. Du bist auch schon ready beim Grillderner? Ja. Was ist der nächste Schritt? Ja, im Moment ist es so, dass wir den Nahansirup auf dem Grill haben, also auf dem Seitenkocher, um das heiß zu machen. Und da sieht man, dass die Paprika schon im Rauch stand. Also von dem her, alles wie vorbereitet. Super, also wir sind zeitgleich tipptopp dabei und wir sind gespannt, wie es schmeckt. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.